Und das nächste Game ist Revolt Classic. So, wir gehen mal direkt rein. Start Race ist also ein Rennspiel, wie man sehen kann. Single Race und Pete. Weil ich glaube, das R konnte man nicht mehr dahin machen. Reicht ja auch. So, wir nehmen dieses RC Bandit. Ist dann so ein... Ja, mit diesen fernstehenden Autos fährt man da quasi rum. Viel tut sich hier eh nicht an den Stats. Fangen wir damit an mit dem Bandit. Geil, pack es aus. Da ist er, da ist er. So, Toys in the Hood. Supermarket. Museum. Wir fangen einfach mal hier an. Standardding. Schwer ich da wieder abkacken, wie letztes Mal auch. Und Race. Gut, Ladezeit ist schon mal sehr geil. Ich meine, Gassim tut er von alleine. Man muss nur rechts und links drücken zum Lenken. Ja, genau. Es gibt auch noch Sonder-Items, die man einsammeln kann. Man kann auch so ein bisschen abkürzen über den Bürgersteig. Mach ich jetzt mal. Blöde, weil ich hab mich da teilweise immer vorfahren, weil ich nicht auf den Fall geachtet hab. So, jetzt hier links um die Ecke. Oh, ach fuck. Hier, guck mal. Ja, genau. Dankeschön. Ich hab ne Rakete. Bäm. Boah, ist der groß. War bestimmt der Schwere. Hau ab. Sehr gut, den krieg ich. Nein. Warum sammeln die Latteln immer weg? Sind die fies. Oh, meins, meins, meins. Oh. Bekommen wir nie was. Doch hier. Jawoll. Ist das Ölkanne? Ölkanne. Ach fuck. Batterie ist, glaube ich, noch mal ein Geschwindigkeitsschub. Ähnlich wie bei, ähm, Dankeschön. Bei Mario Kart der Pilz. Das würde ich empfehlen, wenn ich mal irgendwo auf einer Geraden bin. Und ich gehe in diesen komischen Rohr, alter. What the fuck? Und bin ich schneller? Ich glaube schon. Zweiter. Hau ab. Nein, da schiebe ich den nur an. Dankeschön, alter. Nicht von dir. Könnt ihr auch einen Mogel nennen, wenn ich da mal... Drei Raketen? Ja genau, drei Raketen und schieß nur eine ab, ey. Das hier wollen wir nicht weniger... Dankeschön, das hier aber auch nicht weniger werden in dem Bild da unten links. Das ist schon mal ein wenig ärgerlich. So, was kriege ich jetzt? Ein Blitz. Geil, was war das? Keine Ahnung. Huh. Meine Antenne spoppelt. Also ich sammle hier alles ein, kriege ich nur Scheiße. Oh, jetzt nicht. Was war das? Cool, die fahren alle langsamer als ich jetzt. Nein. Fork. Hau bloß ab. My friend. Dritter Platz. Ey, wo ist denn der erste? Was hat... Ah. Ich glaube, das ging auf den ersten, diese blaue Kugel. Ähnlich wie der blau Panzer wahrscheinlich bei Mario Kart. Boah, ich denke, wenn ich kürze immer so voll ab und dann sind die trotzdem wieder da. Gebt mir was Gutes. Ach ne, das geht einfach nur gerade. Super. Supergeil. Plupp. Dann nehmen wir den da hinten nochmal. Es war in der Außenkurve, aber ich glaube nicht, dass ich den ersten noch kriege. Ich sehe den noch niemals. Haha, was war das denn? War jetzt nicht so gut, die Bombe, glaube ich. Nein. Oh. Ich bin die Fünfte, Alter. Ich meine, Zweiter war ja noch geil. Warte, ich kriege die noch. Boah, Wasserbomben. Guck mal, jetzt achte. Hahaha, sehr gut. Das dicke Ding da weggebombt, aber eigentlich hier noch. Hä? Genau, es rollt bis unten hin. Quark. Jetzt bin ich schon wieder Fünfter. Wollen wir mich verarschen? Vierter, vierter. Jawohl, Dritter sogar. Geil, weil der eine links reingefahren ist. Cool. Und der andere war, ja genau, zehn Sekunden schneller. Wer will mir das denn erzählen? Total Record. Werbung. Restart Race. View Replay. Audio Settings. Ach so, Controller kann man anschließen. Und Return to Front End. Warum sagen die nicht einfach Main Menü? Hallo? Yes. Gut. Ich glaube, das reicht. Ich meine, ihr habt das Spiel gesehen. Viel mehr kann man da auch nicht machen. Start Race. Wahrscheinlich noch ein paar. Gut, Unlock Full Game ist natürlich diese Gratis-Variante. Und ansonsten, wenn ihr Bock drauf habt, ladet es euch runter und schreibt mal in die Kommentare, was man noch zocken könnte. Also haut rein. Tschüss.